Moin Leute, willkommen zu einer Runde Depth. Ich bin heute mal ganz alleine, ja, obwohl alleine ja auch nicht. Es spielen hier noch fünf andere Leute mit, allerdings bin ich alleine in der Aufnahme, denn ich hab mal wieder irgendwie richtig Bock auf eine Runde Depth und deswegen dachte ich mir, komm, machst du mal so ein Random Match. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich mich hier schlagen werde und wie sich meine Kollegen hier auch schlagen werden. Die laden jetzt hier gerade so nach und nach alle fertig, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Ich denke, ich bin Taucher. Ich hab einfach schnelles Spiel gemacht und man muss dann trotzdem teilweise eine Minute oder so warten. Und ja, ich bin Taucher. Ich hab mal Bock, eine Taktik zu probieren, die ich letztes Mal gemacht habe. Ich hol mir keine Waffe, damit ich direkt auf die Doppel-Akimbus gehen kann. Ich bin doch nicht Alejandro, ich bin doch Carlos. Ne, oder bin ich immer Alejandro? Ich weiß es nicht. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie das hier alles so vonstatten gehen wird. Ohne Teammates. Und genau da vorne sind direkt ein paar Schätze, die werde ich mir geiern und dann möglichst schnell zu Steve bringen. Ah, fuck, der hat mir ein bisschen was geklaut. Naja, was heißt geklaut? Wir sind ja ein Team. Aber, ah, das hab ich bekommen, ne? Ne, hab ich nicht. Shit. Okay, komm, dann bringen wir mal eben schnell unsere Dinger zu Steve. Das wird noch nicht reichen, nämlich aktuell... Shit, der erste High kommt. Mein Herz schlägt schon. Er hat sich schon jemanden weggesnackt. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Hier sind ein paar Schätze. Oh, oh, der erste High kommt. Ich höre ihn doch schon wieder. Da ist er. Ich muss... Yes. Okay, den Schatz nochmal wegbringen. Ich kann meinem Team jetzt gerade aktuell nicht so wirklich unter die Arme greifen, was die Schlacht angeht. Aber, ich kann ihnen vielleicht helfen, indem ich hier die Schätze einsammle. Denn, wie ich gemerkt habe, ich hab mal ein paar Runden letztens gezockt, das ist enorm wichtig, an Geld zu kommen. Ist eigentlich auch logisch, ne? Weil ohne Geld... Oh, bitte geht der danach nicht auf mich. Oh, komm schon. Such dir ein anderes Opfer. Danke. Zack. Können wir uns vielleicht sogar schon ne Harpune leisten. Oder, was ich mir auch gerne hole, ist so ein Tauchgerät. Womit man... Shit. Die werden mich snacken. Ganz alleine. Voll ab vom Schuss. Ah, er ist down. Okay. Was hätte ich denn hier jetzt machen können mit Kuh? Kuh? Kuh ist doch... Ich weiß es nicht. Ah, doch. Schätze wegwerfen hätte ich damit können. Ja. Hätte ich jemandem Geld geben können. So, es wäre cool, wenn die mich jetzt langsam mal snacken, damit ich mir eine neue Waffe holen kann. Ich meine, gut, soll mir recht sein, dass ich so lange überlebe. Ah, okay. Steve hat hier... Ja, jetzt wird er da weggesnackt. Ich kann nichts machen. So, oh ja. Jetzt bin ich tot, oder? Ne. Ich dachte gerade schon, jetzt steche ich den mit dem Messer ab. Das wäre ärgerlich gewesen. So, das heißt, wir haben jetzt schon 2000 irgendwas. Da könnte ich mir theoretisch sogar schon hier ein richtig geiles Sturmgewehr holen. Aber ich glaube, ich hole mir die Harpune. Habe ich noch genug für den? Nein, leider nicht. Okay, ich brauche noch 450. Bin jetzt aber erstmal... Ich kann meinem Team jetzt schon mal ein bisschen helfen. Das ist, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Hier... Ne, ich dachte, es war nur Knochen. Shit. Vorne liegt aber was. So, schnell wieder zurückschwimmen. Oder tauchen, eher gesagt. 450. Das heißt, ich brauche noch drei Schätze. Wo ist er? Oh, genau, hinter mir. Hä. Was für eine blöde Frage das denn war. Ich dachte gerade, da käme noch ein zweiter runter. Ah, mein... Oh, shit. Ich habe ihn noch gesehen. Ah, ich habe ihn noch gesehen. Aber dann war er doch zu schnell unterwegs. Ich kann mir jetzt aber den Scooter hier schon kaufen. Ihr solltet die Drecksviecher auch töten, wenn sie uns angreifen. Ah, hier genau. Vor mir ist was. Ihr fragt euch vielleicht gerade, was ich da schönes... ...habe. Ich kann es euch zeigen. Erstens mal... ...werden mir die Schätze... Oh, fuck. Nicht der. Ah, ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, warte. Da kommt der Nächste. Oh, den dürfte ich aber eigentlich noch halb bestarben, oder? Komm schon. Nimm das hier. Das Teil zeigt mir erstens mal, wo Schätze sind. Oh. Steve, wo willst du hin? Hier ist einer. Da kommt er. Wow. Habe ihn. Oh, oh. Hier ist noch einer. Wo ist er? Wo ist er? Shit. Der hat doch meinen Kumpel gerade gesnackt, oder? Der ist hinter mir. Da ist er. Ha. Huiuiui. Oh, oh. Da unten sind mega viele Schätze. Die sollte ich mir alle noch mitnehmen. Dann können wir uns gleich die geilere Harpune leisten. Sind sie hinter mir her? Nein, scheinbar nicht. Boah, alles einsammelt. Alles einsammelt. Komm schon. Wenn ich das alles nach Hause bringe... Okay, schnell. Brrrrt. Brrrrt. Ich finde diesen Tauch-Scooter so lustig. Da ist er. Habe ich ihn noch erwischt? Da kommt noch einer direkt. Komm schon. Den haben wir. Da ist der andere hier raus. Der wird gleich hier wieder irgendwo reinkommen. Oh, von oben. Habe ich ihn? Ne, mein Kumpel hat ihn schon gekillt. Okay, sauber. Ist ja egal, wer ihn killt. Hauptsache, die Drecksviecher sind tot. So, ich muss ein bisschen aufpassen, dass mein Sprit mir nicht ausgeht. Oh, fuck. Oh, Mist. Der hat mich weggesnackt. Okay, wir müssen echt aufpassen. Wir haben nur noch 11 und die haben noch 20. Das ist schon ein krasser Unterschied. 415 noch. Dann könnte ich mir die beste Waffe gönnen. Ah, da ist er. Oh Gott, wie schieße ich denn? Wo ist er hin? Der hat irgendwo wen weggesnackt. Weggesnackt. Der hier genau hinter mir. Oh, ich habe ihn doch getroffen. Ja, habe ich. Wo ist der andere? Der ist doch hier irgendwo hinter mir oder so. Wow. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn noch gehört. Shit. Ich glaube, das wird nicht ganz so super, was wir hier machen. Die beste Waffe wird mich auch nicht mehr retten und mein Team. Da ist er wohl in die Mine rein. Den hätte ich bekommen müssen. Wir werden verlieren. 4 zu 16. Das schaffen wir nicht. Ja, vor allem nicht, wenn ich so schieße. Oh, ich hasse den Hai. Der ist zwar... Hat zwar nicht so viel Health. Ich brauche nicht mehr viel. Deswegen hole ich einfach mal das, was ich hier noch kriegen kann. Obwohl, wenn ich sterbe... Wahrscheinlich kann ich eh nicht mehr... Neu einsteigen. Könnt ihr mir noch Punkte sammeln? Indem ich halt... Oh, shit. Da wird einer wieder gesnackt. Haben nur noch wenig Einstiegspunkte. Ist eigentlich fast unmöglich. Weil wenn die Haie jetzt... Ruhig angreifen. Oh, wir fahren jetzt schon zurück zum Boot. Der kommt von links. Da ist er. Ey, ey, nicht Steven angreifen hier. Was hat der Mann euch getan? Der will doch nur ein paar Schätze klauen. Da ist einer. Nein. Ich glaube, die haben Steven gerade gestunnt. Steve heißt er natürlich. Entschuldigung. Wollte ja niemanden beleidigen. Oh Gott. Nicht alleine bleiben. Den habe ich. Shit, da war er. Oh, ich habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn noch gesehen. Boom. Shit. Fuck. Oh, sauber. Die haben ihn noch erwischt. Oh, unser vierter Mann kann nicht mehr neu einsteigen. Oh Gott. Jetzt alle schön beisammen bleiben. Könnte doch nochmal spannender werden, als ich gedacht habe. Boah, fuck. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Junge. Ja, fuck. Ja, ich war der letzte Überlebende. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, nicht schlecht gewesen. Nicht schlecht gewesen. Ich war im Team immerhin der Zweitbeste von den Punkten her. Habe acht Kills. Oh, trotzdem noch mit die meisten Kills gemacht. Ich würde sagen, ich hänge noch eine zweite Runde hinten dran, Leute. Allerdings werde ich einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder zu der zweiten Runde in diesem Video. Ich denke, ich werde wieder Taucher sein. Ich mache immer Quick Match. Denn ansonsten, wenn ich sage, ich will High werden, dauert das teilweise 100 Jahre. Deswegen werde ich meistens Taucher. Haie bin ich auf jeden Fall besser drin. Mache mir auch ein bisschen mehr Spaß. Aber Taucher ist eigentlich auch ganz lustig. Vor allem mit dieser Taktik, die ich jetzt immer verfolge. Dass ich halt... Ich versuche mir erstmal ein bisschen Geld zu holen. Und versuche dann, meinem Team halt später zu helfen. Und ihr habt gesehen, ich war der Zweitbeste im Team. Also die Taktik scheint aufgegangen zu sein. Deswegen werden wir diese Taktik einfach noch einmal probieren. Ich muss das hier immer einmal machen, weil sonst kann ich nicht auf bereit klicken. Ähm, ich werde das auf jeden Fall so nochmal probieren. Vielleicht haben wir dieses Mal dann eine bessere Runde. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Death eigentlich auch spielt. Falls nicht, Leute, schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe euch da einen Link gepostet, wo es wirklich sehr günstig zu haben ist. Und das Spiel macht einfach mega Laune. Deswegen könnt ihr da gerne zuschlagen. Und dem Shop könnt ihr auch auf jeden Fall vertrauen. Bei dem kaufe ich schon jahrelang ein. Noch nie Probleme gehabt. Ähm, ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben, falls ihr Death schon selber spielt. Ich weiß, wahrscheinlich spreche ich es die ganze Zeit eh falsch aus. Falls ihr das selber schon spielt, könnt ihr mir gerne mal... Ach, wieso gehen die nicht auf bereit, ey? Könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr von meiner Taktik haltet. Erstmal ohne Waffe rauszugehen. Dann, ähm... Ja, ich weiß, das ist zwar ein bisschen dämlich. Aber ich brauche nur zwei Schätze finden. Dann habe ich halt direkt die Akimbos, also die zwei Pistolen. Und das ist echt ein enormer Vorteil dann. Äh, ist das gerade die gleiche Map nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Ah, hier vorne liegen direkt Schätze. Ich hoffe, die sieht kein anderer. Nein, die wird aber... Die wird der hier bestimmt mir wegsnacken, oder? Ah, ich habe es ja gewusst. Komm, okay. Okay, 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 dann jetzt schnell runter zu Steve. Komm schon. Schnell abliefern. Oh, die Haie sind schon am Start. Da ist einer. Ach, bitte. Geht nicht auf mich. Oh, oh. Haie, komm. Da ist einer. Sorry, ich kann ja nicht helfen, Teammate. Ich weiß, das ist natürlich am Anfang auch doof, wenn ich nicht helfen kann. Guck mal, hier sind auch noch Schätze. Oh, oh. Nein, ich wusste es. Ich habe ihn gehört hinter mir. Egal. Okay, ich bin down. Oh, wir sind alle gestorben. Das ist sehr schlecht. Ich könnte mir... Oh, ich kann mir nur den Scooter holen. Okay, dann holen wir uns den Scooter. In der Hoffnung. Scheiße, der ist hinter mir her. Ja, der ist hinter mir her. Fuck. Und... Oh, die schnelle Drehung hier. Das können die Haie nicht ganz so geil machen, wie wir Menschen. Komm schon, alle Schätze einsammeln, die wir hier haben. Muss jetzt auf jeden Fall mindestens auf tausend kommen. Denn, äh... Wenn ich tausend habe... Kann ich mir eine geile Waffe holen. Habt ihr den gekillt, den Hai? Nee, haben sie nicht. Der ist genau hinter mir. Schnell, ich muss zu Steve. Wow. So, okay. Da ist er. Zwei sogar. Shit. Werde probieren, die ein bisschen von meinen Leuten wegzulocken. Indem ich hier lang gehe. Oh shit, mein Tauscooter ist leer. Kann ich ihn messern? Nein. Mein Scooter wäre leer. Deswegen konnte ich nicht mehr so schnell davon kommen. Ähm... Ich habe aber genug Geld, um mir jetzt zumindest die Akimbus zu holen. Okay. Dahinter sind sie. Kommt ihr mit, Leute? Der ist getriggert. Okay. Weiter müssen wir die Schätze holen. Da ist er. Hab ich? Da ist noch einer. Komm schon, den krieg ich auch noch. Nein. Der hat nicht mehr viel, Freunde. Oh. Komm schon. Ja, den haben wir. Okay. Beide sind down. Jetzt könnte man mal was riskieren. Da hinten sind Schätze. Okay. Oh, die kommen schon wieder. Schnell zu Steve. Oh, hier liegen noch ein paar Schätze. So nah dran. Was die noch keiner gesehen hat. Hier oben sind noch welche. Also ich finde den Scooter enorm geil. Oh, oh. Ich werde verfolgt. Hört man an meinem Herzschlag. Da ist er. Da ist noch einer. Shit. Zwei. Jetzt sind wir... Wow. Ich muss nachladen. Verfolgen die ihn oder mich? Da ist er. Der kommt von der Seite, oder? Ja. Da habe ich ihn gehört. Den habe ich. Der andere ist ja auch noch. Das Schöne ist, der andere hat nicht mehr viel. Okay, ich riskiere es. Einmal nachladen, den Scooter. Oh, oh. Der ist hier bei mir. Ja, ich habe ihn gehört. So, ich müsste mir jetzt aber eigentlich... Boah, meine Stimme, ne? Unglaublich. Unter Wassersturm, Gewehr. Hole ich mir das? Wo ist er? Ich höre die doch. Das war schlecht. Das war schlecht von mir. Das Schöne ist, das Gewehr, das ich jetzt habe, hat einen Peilsender. Das heißt... Da waren noch ein... Zwei Haie sind da. Denkt ihr, ich sehe euch nicht. Hier sind ja gar keine Schätze in der Nähe. Wie soll die Scheiße denn? Braucht Geld. Muss aber erst mal die Haie killen. Von wo kommen die? Die wollen da irgendwo durchbrechen. Ich höre die doch. Da. Hab ich. Schätze, da drüben. Ich frage mich nicht, wo die ganzen Haie sind. Einer kommt. Von wo? Von wo? Da. Hab ich. Ist noch einer in der Nähe, Leute. Ich höre den. Naja, was heißt ich, ich höre den? Aber mein Herz schlägt halt. Adrenalin-Flash. Hier wurde geschossen. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Ich nicht. Da war er irgendwo. Sie haben ihn nicht erwischt. Oh, das war aber Glück für den. Oh, Steve fährt weiter. Hehe, gar nicht drauf geachtet. Ah, hier sind so viele Schätze. Die kann ich doch nicht liegen lassen. Da sind sie beide. Wir jagen die. Das gibt's doch nicht. Wie flattet der denn? Der weicht ziemlich gut. Muss man schon nehmen lassen. Die Weste dauert noch ein bisschen, bis wir uns die leisten können. Der ist raus, wa? Ja. Da sind Schätze. Da kommt er direkt auf mich zu. Ey, shit. Ich war gerade am Nachladen. Fuck. Yes. Der andere ist noch ein bisschen weiter weg. Oh no, da ist er. Oh Gott, der ist genau hinter mir. Wie konnte der mich denn verfehlen? Boah, die Mine hat mir aber gut Damage gemacht, so. Ach, die kommt von da die ganze Zeit, wa? Dann sollte ich mal was riskieren. Okay, wow, Steven hat seinen Schatz geborgen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg, oder? Hey, Leute, alle mitkommen. Bleibt bei Steven. Entschuldigung, Steve. Wir müssen hier nur noch rauskommen, dann haben wir gewonnen. Sie kommen. Oh, das war gut. Das hat er gut gemacht. Aber ich hab ihn erwischt. Jetzt kommt einer. Muss einmal kurz eine bessere Position. Obwohl, ob das eine bessere Position ist. Jetzt kommt gleich der schwierigste Teil, Freunde. Da links war er. Wenn wir durchs offene Meer müssen. Boah, shit. Kann ich nochmal? Ja, ich kann nochmal neu spawnen. Ja, wenn wir jetzt alles richtig machen, könnten wir gewinnen. Ich hol mir noch schnell die beste Waffe. Und die Säubohnen. Shit, der Schuss war richtig low. Der ist hinter mir her. Da ist er. Shit. Wow, moin. Boah. Komm schon, dieser dreckige weiße Hai, er hält so viel aus. Man kann inzwischen nämlich Haie wählen. Die man spielt. Die kommen wieder. Hab ihn. Hab ich ihn gerettet, mein Kumpel? Yes. Immer noch drei. Wir sind immer noch zu dritt. Aber der große weiße. Fuck. Ich bin allein. Oh, fuck. Jetzt haben sie mich. Scheiße. Das war so knapp, Freunde. Das war so knapp. Aber meine Strategie ging wieder auf. Ich bin der beste im Team. Habe acht Kills und sechs Helfer. Damit auch sogar, äh... Ich habe genauso viele Kills gemacht wie alle anderen drei zusammen. Das ist schon traurig. Der eine hat gar keine Punkte gemacht. Will er mich verarschen? Hat er überhaupt mitgespielt? Hä? Der ist ja komisch gewesen. Der war bis zum Ende drin, aber hat gar nichts geschafft. Naja gut. Okay. Leute, ich bin raus für heute. Ich hoffe, Depth hat euch mal wieder Spaß gemacht. Und, äh, ja. Wir sehen uns ingame. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.